Ja, ich glaube, die wissen nicht. Ja, Lukas hat gar keinen Bock mehr auf uns. Ich habe nicht zugehört, was rum geht's? Ja, du musst einmal Defenders kommen. Ah, okay. Warte mal, warum hat Bart 155 M.S.? Das dauert mir zu lange, ich mache mir einen Kaffee. Okay, ich starte. Breeze? Weiß ich auch nicht, was ich im Breeze halten soll? Auf dieser Web hat alles begonnen, Muzzle. Beginnend. Auf dieser Web nanntest du mich das erste Mal HS. Hey, das war ja auch so toxic! Und es war vor allem auch noch in dem AMD-Partner-Stream. In dem Sponsored-Stream einfach. Oh, ich sehe mich auch keinen noch auf dem. Aber das liegt daran, weil Lukas dieses Wort komplett gängig benutzt. Nee, als wäre es nichts. Und dann Brülki halt auch. Ja, und dann war ich... Ja, ja, wir sind alle schuld. Ja! Ich glaube aber, das ist was, wenn man... Also wenn man halt auf dem Dorf aufwächst. Ach so. Ist einfach wie Frankfurter Schnauze von Muzzle. Aber es war ein liebevolles. Nee, ich glaube, wenn man... Breeze ist kacke, ich spiele Brimstone. Mit Frankfurt ist das total normal, doch. Ja, ich komme halt auch aus Frankfurt, das ist wie ich meine. Brauchen wir eine Weiber? Brimstone ist... Brimstone ist... Brimstone ist... Du kannst mit Brimstone einfach zwei Smokes setzen, dann deine Ult in die Mitte und sieht aus wie ein riesiger Penis. Oh bruh. Oh bruh. Weiß ich noch nicht. Ich würde dieses Play einmal machen in diesem Game und dann bin ich glücklich. Egal ob ich... So. Ich bin jetzt ein bisschen lauter. Sorry. Falls ihr mich anders eingestellt habt. Ne, ich habe dich eher auf minus 100 also. Sorry, ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich auf minus 10, was? Was ist der Plan, Freunde? Ich spiele jede Runde, damit du das mal aggressiv. Perfekt. Ja genau. Das ist das einzige, was ich kann auf Breeze. Stevie, du machst einfach einen Pfeil, wenn da nichts ist, dann pushst du auch durch und ich push Tube. Das hört sich so gut an. Fällt mir. Bei mir ist was, viel. Tube ist gar nichts. Mitte ist tot. Ich würde A raten. Ich fliege richtig. Noch eine Main. So wie immer. Ist schon eine linke Pyramid ist schon durch? Let's top Main. Ich bin jetzt nicht gelegt, wir müssen nicht pushen, aber ich bin voll dabei. Die hat Line-Up, die hat Line-Up. Schön. Es ist gelegt. Es ist nicht gelegt. Es ist übrigens gelegt. Und die spielt für Line-Ups-Bart, wir müssen sie töten. Jooo. Du hast irgendwie Geräusche unterdrücken oder Echo unterdrücken oder sowas, aber ich müsste immer leiser reden. Ne, habe ich nicht. Es ist fucking Discord, jedes Mal. Ich habe nicht Zeit, ich werde einfach Suppressed. Ich werde einfach Suppressed. Du bist eine Minority. Ich bin nicht aufgeregt, wenn es nicht gehört, weil ich Suppressed wurde. Ja, okay, super. Spike down. Spike down. Ich bin scheiße. Ich bin eigentlich scheiße. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Ich kann nicht drohen. Umgebt. Er wird gneift. Komm Team, wir schaffen das. Nein, wir gneifen. Ja, definitiv nicht. Oh man, warum nicht. Gneifen machen wir nicht. Topfragen ist wichtiger als ein Alpen. Also ich habe Sie mir jetzt zwei Runden mit exakt derselben Strat gekriegt. Klappt das ein drittes Mal? Ja, ne. Warst du Fake Steps? Ja, ja. Ja, ne, ne. Ich steche jetzt Fake Steps und dann tippe ich auf rechte Seite. Ohaaa. Ja, zwei Leute bitte. Warte mal, was macht er denn auf Sage? Was hab ich denn verpasst? Tja. Ja. Ja. Wie in so'n Karusa-Ego-Trip? Oder? Ja, Karusa hat ganzer Luft. Das ist in Ordnung für mich. Wir haben eine Pyramide links. Lukas, du in die Angry Girls ran? Ich schwöre, die hat Line Up, ja. Ich schwöre. Warte, du rennst jetzt durch. Warte, ich weiß, wo die sitzt. Du rennst. Die sitzt hier und der andere defused. Niklas, du bist muted. Das ist dicker Alpha Move gerade. Ah, das war Beta. Hast du falsch verstanden. Die Crunchy ist einfach nur Sigma. War das schon Alpha, aber sie ist Sigma. Fun Fact, letztendlich Sigma und Alpha ist auf einer Ebene in der Anführer-Lore, ja. Aber Sigma ist ein Alpha, der nicht beliebt ist, sondern der für sich selbst steht. Also eigentlich ein Beta, der aber ein Alpha ist und deswegen Sigma ist. Finde ich auch verrückt, dass mit diesem Uniform und Delta... Das heißt, eigentlich ist... Ja, ich auch nicht. Das stellt mir dazu, dass sie den Buchstaben XI übersprungen haben, damit China nicht die WHO cancelt. Wir haben zwei Buchstaben übersprungen bei Vergabe von Corona-Varianten. Damit das eine sich anhört wie ein chinesischer typischer Name und das andere ist halt New. Ja, oder wie auch der des Präsidenten. Ah! Hinterpiller direkt. Okay, ist halt durchstanden. Sind die beide auf B? Jetzt sind... Einer B Main. Ja, einer hinten in der Ecke. Letzter hier, letzter hier. Wir sind jetzt da und da. Ich zieh leise rum. Ich muss jetzt wieder in die Drohne gehen. Ah, ne. Nice. Don't stop fighting. You must keep going. Even if... Ich glaub, du redest darüber, dass du deinen Sound umstellen willst, oder? Du bist ja nicht grad unterdrückt. Im Discord musst du im Prinzip alles ausmachen, was an Haken da ist. Ich halte alles aus. 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 Wenn ich hier ein Land wäre. Ah! 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 Ich halte gleich dein A-Kampf, Alter. Ich musste noch Luft holen, so schlimm war das. Ich halte noch Luft holen. A wird B bestimmt. Wahrscheinlich ja. T-Spawn zu B vielleicht. Ich halte fast ich revive dich jetzt. Ich habe keine Waffe mehr. Ich mach Penta! Wo? Ach man! Das wäre auch kein Penta gewesen. Das wäre nur ein Quadra gewesen. Oh, schade. Okay. Und plötzlich alles wieder in Ordnung. Waffe? Waffe? Jetzt eine Waffe. Boah, jetzt eine dicke Waffe. So mit Schokolade und Streuseln und so. Giotto oder so eine Scheiße. Oh, gut. Diese Waffe wären für den nächsten Masterchef. Gut? Na, laube. Not bad. Sorry. So vom Durchschnittsskill sind die Teams jetzt nicht so gut ausgeblichen Grade, oder? Stay quiet. Ich weiß nicht, wie Gordon und Maud rauskommt. Der Maud ist ziemlich krass, glaube ich. Sie waren auf Parking, oder? Ääääh, wie überlegst du? Ich möchte, dass du jetzt sofort dich irgendwo mit deinem Pfeil selbst tötest oder so. Oh, damit du auch. Schön. Ich muss halt nichts machen. Pfeil jetzt unter dich. Sofort. Das ist nicht verdient. Sorry. Lukas, was hältst du von den Yoro Changes? Ich hab die mir noch nie angeguckt. Okay. Aber man soll so faken können und so Shit. Das ist cool, I guess. Eigentlich wird er useful. Also, wenn er nicht in den Händen von Yoro Changes ist. Du kannst einfach den Gradient. Get out of my way! Ist der schnell A? A? Auf jeden Fall ne Wipeout. Eindruck hab ich geultet, Alter. Voll wertvoll. Ich hab den Spike. Wer macht denn da noch was? Sowas. Die war doch eben Tunnel. Warum? Du wirst nicht meine Allianer töten. Der Krieg ist entfernt. Ein Krieg bleibt. Spike down A. Demokratiefeindliche Nachricht entdeckt. Wir sehen uns dann bald, ne? Perfekt. Straight in Skuller. Fuck you, nix, 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 nix. Ich meine, straight in die Correction Facility. Meint ihr, die chinesische Region richtet sich so auch für alles, was sie tut? Das leicht sich so zu rechtfertigen für alles. Die kommen hier übrigens. Äh, Adjustment? Sound? Ich bin hinter den Dippet. Ich bin mir sicher, dass ich tot bin. Tut mir leid. So, ich hab eben Viper gespielt. Sind noch Nachwirkungen. Ich habe Viper gespielt. Es sind noch Nachwirkungen. Funny, wa? So wie die Chips. Ja, den wollte ich auch fast bringen. Aber den fand ich ein bisschen zu einfach. Aber das ist ja okay. Ich bin einfach ein Ding. Das ist aber für viele. Die waren viele Klicks, Alter. Die waren auch sehr einfach für dich. So habe ich ihn jetzt doppelt, gefronted und gelobt. Sehr gut, Karota. Aber magst du wirklich Funny-Fresh-Chips? Das sind die overratedsten Chips, die es im ganzen Regal gibt. Die schmecken so scheiße. Ey, ich bin Doritos-Preis. Außer orientale, wenn man betrunken ist. Dann ist gut. Nee, Ungarisch ist das beste von denen. Nee, die Ish-Chips. Das sind die Funny-Fresh, Chip-Fresh, Ungarisch. Ish-Chips, ja. Die Chips generell sind entweder Pringles oder die Billig-Stapelchips von Edeka. Oh, die von Aldi, ne? Edeka und Billig? Das gibt es nicht. Oh, die sind so geil. Ja, von Aldi, die es bei Edeka gibt. Richtig mal satt. Ui! Oh, danke. Die Casino-Chips, besonders wenn ich viele davon habe. Ja, Reasonable. Lukas, du hast mich geflasht. Das ist deine Schuld. Wie habe ich dich geflasht? Ich habe mit dir geflasht. Das ist doch kein legit geflasht. Wie soll ich dich geflasht haben? Du hast mich halt legit geflasht. Du hast mich halt legit geflasht. Du hast mich halt legit geflasht. Das ist so cringe. Warte, mach mal. Schirm mir nochmal zur Zeit. Nur Zeit, Bart. Nur Zeit. Wo sind die? Beide CT? Ja, eine. Du hast sie. Sorry, im Presto-Farm was angegangen. Nein, nein. Also die Flash hatte nichts mit meinem Fail zu tun, tatsächlich. Ja, du warst ja auch 300 Meter Luftlinie von mir entfernt. Nee, ich hab die Ruhe. Darf ich bitte eine Phantom haben? Nee, ich hab die Ruhe. Darf ich bitte eine Phantom haben? Darf ich bitte... Drop? Drop? Das ist keine Phantom, doch. Ach, Mann. Das kann ich nicht sprain. Ich war terrible. Aber ich hab die Ruhe. Nein. Last Player standing. Oh. Two guys still in the hot tub. Den vieles Fall. 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 Bart, schieß mal auf die Flash-Other da unten. Die kippt nicht um. Die da. Das ist das größte, der größte Fuck-Up-Pop im ganzen Game. Oh, oh. Jetzt wissen sie von wo du kommst. Das wird jetzt unangenehm. Man. Ich mag die Mappen nicht. Ich hab's doch schon mal gesagt. Yeah. Wieso? Wir stehen hier vor. Die ist halt voll aim-heavy. Mitte unten ist was. B ist frei. Ah! Die sitzen vor A. Das ist A. Das ist A. Das ist A. Die sitzen vor A. Ja. Ich hab nie das Wort alle im Mund genommen. Ich hab nie das Wort alle im Mund genommen. Ja, 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 ja. Ich glaub das ist B übrigens. Das ist geil. Da ist die Tür. Guter Kipp. Danke Pascal. Ja, gutes Styling. Jaaaa! Spike plantet. Darauf eingekriegst du, oder? Nein, wirklich nicht. Ah, ja, nice. Absolut. Kann niemand mehr seine Waffen kontrollieren. Nice. Ja. 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 Tunnel. Hast du gesehen? Ja. 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 Ich glaub ich mach immer den selben Peak wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist mein Peak. Ja. Du hast mich einfach... Ja, ich sag du ist mein Peak. Nein, du hast mich geflasht. Ich bin nicht Rayna. Ach du bist Sage. Ach du verstandest da oben. Oh mein Gott, deswegen hab ich eben auch nicht verstanden wie du das meinst, weil ich auf Rayna geguckt hab. Okay, dann hätte ich dich echt plaschen können. Warum spielt so was anderes als Rayna? Das versteh ich jetzt nicht. Ach so, wir sind gar nicht Attack. Das ist sowas von vor zwei Wochen. Willst du mal kurz den Knopf drücken, den du immer drückst, wenn Sub bei dir reinkommt? Genau das hab ich gerade gemutet gesagt. Mean by Me spielt Memes von vor drei Jahren ab. Ah, gut, 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 gut. Wollte auch nur kurz kontrollieren. Ich bin selbstreflektiert. Keine Sorge. Also, zu einem gewissen Maß. Jetzt wird's ein bisschen deep. Also mein Trepp bin ich auch nicht selbstreflektiert, also ich weiß, dass er auch nicht arbeitet tatsächlich. Sehr schön, das freut mich. Es geht nach einer gesunden Charakterentwicklung. Ja, ich mach grad meinen Redemption-Arc. Oh nein. Oh nein, ich hoffe, dass ich nicht falle. Ja, genau. Aber jetzt meine Memes flamen, ne? Fuckin Wein aus 1965 zitieren. Weißt du, wie wir das zusammen zitiert haben, Luca? Ja, machen wir auch demnächst wieder, aber jetzt gerade muss ich flamen. Die eine war oben im Tube. Ich bin auch immer auf dem Tube. Hallo auf A, die eine war oben im Tube. Aber nicht auf dem Tube. Ja, das ist alles. Joink. Der war auf A über dem Asport, war der genau auf dem Bot perfekt. Jetzt sind wir nicht mehr da. Danke für deine Schöne. Ei, 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 ei. Das ist's game. Das ist's game. Das tut so die ganze Zeit, als würde er mich nicht hören und dann das einzige, was er sagt, ist ein Fall. So, wenn ich die Kinder einfach auch smarten kann, weil ich hinter irgendeiner Ecke stehe, ey, dann fühle ich mich wie der Boss und dann spiele mir Confidence. Aber auf der Map ist es halt einfach, ich geh hier oben in die Röhre und einmal drei Leute stehen vor mir und ich sterbe. Ich bin quasi auf B. Ja, ja, mach das mal, mach das, mach das mal. Da habe ich auch einen guten, guten Engage. So, die sind von den, die sind hinter uns. Okay. Es kommt bestimmt jemand hier rüber, oder? Warum denn? Rechts. Das ist lächerlich. Aber geht's halt. Okay, wo kann ich jetzt krass rein tippen und dadurch Ultrasmurv aussehen? Ähm. Nein, Margot. Nein. Was denn? Alles gut. Margot, ich hab Aua. Oh, du auch. Mitteldorf, dos, 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 dos. I'm not feeling too good today. Mr. Stark. Ouch. Noch einer, noch einer. Oh. Das ist kein Problem. Bart hat die Runde mit seiner Classic. Der ist da Typ durch, der hat die Runde. Der hat den Raum eingenommen für uns. Bart, hast du dir das Crosshair von Stigor geklaut? Ja, das ist auch der einzigartig, wirklich, das Crosshair. Oh, der erste Kill. Alles übrigens Crosshairs. Ich hab das mehr als von mir, weil das Crosshair. Hier waren alle 10 Schiffe, die du gefeuert hast, drauf. Kaufen grad gar nicht so, richtig? Immer doch. Wie findet ihr das, Max Verstappen Weltmeister geworden ist? Ist das Formel 1? Ich hätt's ja Hamilton gegönnt, weil Hamilton ist voll der nette Mensch. Ist das Formel 1, ja. Nie, jeder mag Hamilton, oder nicht? Ah, da ist ja noch jemand. Hilf mir doch! Ich war am Nachladen. Ich meine, würdest du mir eventuell die Ära weisen und mich nächstes Mal repeaten, das wäre... Ne, ich intere dich einfach weiterhin. Das ist aber auch okay. Main, Main, Main. Mitte unten auch, by the way. Letzte Mitte unten und Heaven. Oh, was? Uncamps hat gerade 4,21 Euro. Ist richtig. Dankeschön. Unser letzter, der ist auch wirklich quasi auf einer Stufe tat. Das ist mir bei der Letzte, das ist das Bündchen. Ey, also dieses Game wirklich, die Map. Zum Präsident beantragen, Raute Schoki. Maluna hatte sich bereits angeboten, sie zu ersetzen. Ich weiß nicht, worum es da gerade ging, aber du hast mir dafür Geld gegeben und das S-Fort gesagt. Und soviel toleriere ich das gerade, weil ich das nicht offen hab. Ich danke dir für dein Geld. Ansonsten scheiß Demokratie und Treue. Die sind im Tube, die sind im Tube. Sage Tube, Sage Tube. Sage Tube. Sage Tube. Nicht mehr. Ich geh backside mit Ulti, ich geh backside mit Ulti. Jaaa, Savinia. Ich bin backside. Onside. Onside. Onside, onside. Ah, ja. Spike down A. Ich find die Handgelenke sehen so weird aus bei dieser Kill-Animation, das fuckt mich jedes Mal ab, das ist einfach anatomisch gar nicht möglich. Ich weiß noch, wie meine Mathelehrerin gesagt hat. Ne, meine, äh, doch. Äh, mein Ziel war es, um Abi einen Punkt zu kriegen und sie so, sie haben sogar ihr Ziel verdoppelt. Oh, wow. Das sind zwei. So, let's go. Caruso. Statement. Caruso. Kruzo. Krasi. 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 Oh, mit unten. Langer Storch. Danke für den Prime, herzlich willkommen. Ich hab auch. Wir müssten die Technik zu Haus machen. Ich muss mein Maul halten. Danke für den Prime, Langer Storch. Geil. Genau. Außerdem, zwischendurch Katze küssen ist halt auch einfach mandatory. Oh. Mandatory, oh. Mr. Worldwide. Mr. Mandatory. Äh, sober rechts close, Arcade, macht scheiße. Arcane? Macht keine scheiße mehr. Hattich. Wird mich negativ beeinflussen in meinem fortgehenden Lebensgang. Was war das? Das wird mich abfacken. Sicherlich. Was hab ich da gerade gehört? Ich muss einfach ein Bild von sich auf seinem Schreibtisch oder sowas. Langer Storch, danke schön für deinen Sub. Ach so, warte mal, Langer Storch, ich sitz auch hier. Jo, Langer Storch, warte. Danke für dieses Wortspiel, das ich aus Versehen gebracht habe. Base frei, base frei, base frei, base frei. Ich glaub wir beide haben immer zusammengespielt, Barb, oder? Ja. Irgendwas was gleiches tun, das ist... Rechte Seite, Mazat, rechte Seite Tür. Ach, ich bin auch noch nicht getroffen. Ja. Double-Doss-Zwei, Double-Doss-Zwei. Haaa! Das ist Pullout-Time bei der? Pullout-Time 075, alter holy shit. Pullout-Game strong mit der Fab-7. Ich wollte den Prime, ich habe alles, ich will den. Pullout-Game ist wichtig für Juro-Spieler wegen Ulti. Ich war hier jetzt kurz verwirrt, weil ich nicht ganz gewusst habe, was der jetzt wäre für ein Zeug. Ihr habt es mir so komisch angeschaut. Wer ist es? Ich hasse Menschen. Oh, ach, wer denkt es an mich? Das ist übel smart, jetzt denken die mit der Wende, das muss Muzzat sein. Easy, Frank vor B, dann kommen die rein und ich töte sie. Auch smart. Was? Wir holen das Barth, okay? Ich lasse mich töten und du Muzzat. Nein, 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 du lässt dich nicht töten. Nein, 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 nein. Oh nein. Du hast einfach mit einer AWP gespawnt. Krass. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Alter, okay, da war viel Schwung hinter der Jet. Oben auf der Bridge. Drücke oder was? Ich hätte das definitiv nicht machen sollen. Okay. Seitdem ich Operator gespielt habe, ging es nur bergab, ey. Ich habe versucht, die Schlagen ist gewichtig wie möglich zu sein, aber... Wir haben einfach alle gerade die Bilder so, das ist insane. Hallo. Hallo. Guten Tag, hallo, guten Tag. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz telefonieren. Ich wollte das. Ja, ich glaube ich eh unser Letztes gehen, genau. Ey, das hat Spaß gemacht. Hat super viel Spaß gemacht, ja. War super geil. Hat super viel Spaß gemacht, ja. Hat super viel Spaß gemacht, ja. I'm fine, I'm fine. Tschüss. Ich habe es vergessen. Tschüss. Cheers. Tschüss.